Hallo, mein Name ist Christian Ludwig und wir stehen hier vor dem neuen Abreiteplatz von der CS Range hier am Genfer See. Und ich kann der Firma ProEcos nur für diesen Borde gratulieren. Er ist im Prinzip ideal für uns als Trainingssportler. Wir haben genügend gripverschnelle Zirkel. Die Pferde können sehr gut stoppen und gut drehen. Also die ideale Lösung für den Außenwass.